Dr. Thomas Ritter ist ein international gefragter Dressurausbilder und Autor. Er hat mit Pferden der verschiedensten Rassen praktische Erfahrungen sammeln können und bildet Pferde und Reiter bis in die höchsten Klassen aus. Auf dem Gebiet der Arbeit an der Hand, am langen Zügel, sowie der Doppellangenarbeit und der Arbeit zwischen den Pilaren, verfügt er über jahrelange Erfahrung, die er auch an seine Schüler weitergibt. Er hat ein Buch über das klassische Reiten auf der Grundlage der Biomechanik geschrieben, sowie ein Buch über die Arbeit am langen Zügel. Ergänzend zu den Büchern veröffentlicht er viele seiner höchst effektiven gymnastischen Übungen im E-Book Reitbahnnavi. Darüber hinaus schreibt er regelmäßig Beiträge im Pferdejournal Feine Hilfen. Auf dieser DVD möchte ich Ihnen näher bringen, warum die Ecke in der gymnastischen Dressurarbeit eine so wichtige Bedeutung besitzt. An der Spanischen Reitschule hat man früher gesagt, dass ein Reiter, der gute Ecken reiten kann, alles reiten kann, während ein Reiter, der keine guten Ecken reitet, eigentlich gar nichts reiten kann.